Wo ziehst du deine Grenzen? Sicher zehnmal mit den Kindern. Die Kinder können wir nicht vor, auf Facebook und Insta vorzunehmen. Wir brauchen beide Insta. Was postet ihr dort für Inhalte? Seid ihr da nie mit dem Gesicht zu sehen? Der Account. Ich führe ihn immer noch mit dem Papa. Ich habe bis vor einem halben Jahr kein Gesicht darauf gepostet, sondern mehr von meinen Töffchen, teilweise noch von einem Konzert. Wie geht ihr mit euren persönlichen Daten um? Ich gebe meine Daten eigentlich immer weiter. Ich habe noch nie richtig aufgepasst, weil ich das Gefühl habe, nicht so viel zu verstecken. Darum sage ich immer, dass mir eigentlich gleich was mit meinen Daten macht. Würdest du mir dann auch dein Bankkonto einfach so schnell... Nein, das vielleicht jetzt nicht. Wenn ich etwas aufnehme, dann nehme ich das nicht dann, wenn ich an dem Standort bin, wo ich sie aufgenommen habe, sondern bin ich etwas spät. Wenn ihr noch irgendetwas sagen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Stay safe on the Internet. Nice.